Auf aktuellem Anlass unterbrechen wir unsere Sendung Melodien für Jung und Alt. Liebe Hörer und Hörerinnen, wie das Bundesministerium soeben bekannt gab, werden aufgrund der Auszählungsergebnisse der Volksabstimmung die Mittel bereitgestellt. Somit steht nun fest, die Mauer wird wieder aufgebaut. Das glaube ich nicht. Papa, wie siehst du denn aus? Du hast sie wieder angezogen. Ja, Papa hat wieder Arbeit.